So, okay, da das alles noch nicht will, gucken wir uns doch hier mal um, ob uns noch irgendetwas fehlt. Ich räume die Bohlen dort an die Wand. Aha, okay. Hm, immer noch nicht viel mehr zu sehen. Das Licht reicht nur einige Meter weit hinunter. Ich hab kein Schimmer, wo der Schacht hinführt. Ich sehe nichts, ich rieche nichts, kein Lufthauch, gar nichts. So, ach, guck mal, hier haben wir einen Holzbohlen. Die Bohlen haben stark unterschiedliche Dicke und einige sind viel stärker vergammelt als andere. Vielleicht sind sie aus unterschiedlichem Holz. Ich nehme eine von den dicken, stabilen. Okay. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Wir brauchen ja anscheinend einen Stein. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Wir gucken einfach mal. Nee. Wir kriegen die Steine, glaube ich, einfach nicht hoch. Die Steine haben das richtige Gewicht. Und bis in die Lore kann ich sie wohl wuchten. Ich glaub das einfach nicht. Nein, bevor er die Bretter nicht weggeräumt hat, konnte er keinen Stein reinpacken. Die Lore samt Stein dürfte jetzt gut und gern eine halbe Tonne wiegen. Genau das meine ich. Er hätte doch die Steine eigentlich, als sie der Lore da schon stand, reinräumen können und auch hinterher die Bretter wegräumen können. Aber gut, ähm... Dann mussten wir halt erst das Holz wegräumen. Und dann denke ich mal, müssen wir das jetzt anheben, damit wir die Lore auch geschoben bekommen. Also gut. Ich muss nur zusehen, schnell genug zur Seite zu kommen, sobald die Lore abstürzt. Das hat super funktioniert. Ich glaub weiter ist auch gar nichts von Interesse. Wir gehen jetzt durch die Erdspalte. Die beiden Steinen wurden glatt aus dem Beton gerissen. Damit hab ich genug Platz, um durch den Spalt zu klettern. Hoffen wir mal, dass der Erdspalt in die Freiheit führt. Hoffentlich. Aha, wo sind wir denn hier? Verdammt nochmal! Ich krieche aus der Falle und lande im Versammlungsraum des Ordens? Das kann echt nicht wahr sein. Zum Glück scheint niemand hier zu sein. Ja, ein Glück. So, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. In der Schale brennt ein Feuer. Das heißt, dass vor kurzem noch jemand hier gewesen ist. Hoffentlich kommt derjenige nicht zurück, solange ich noch hier bin. Ja, das wäre sehr ungünstig. So, wir haben hier noch einen Mäntel. Vor der Kiste liegen mehrere zusammengefaltete Mäntel. Fünf, sechs Stück. Heißt das, diese Verschwörung besteht nur aus einer Handvoll Leuten? Hm, wer weiß. Ach, können wir mitnehmen, ja? Nein, keine Hinweise. Nichts, was mir weiterhelfen könnte. Guck mal, hier haben wir... Wer war denn das nochmal? Ich kann mich nicht erinnern. Irgendeiner der Gorns, der Vorfahren. Ach, ich weiß nicht, war das der Lothar Gorn? War das der, der im Zimmer von Robert hing, das Bild? Ich weiß es nicht mehr. Und hier ist wieder der Baum. Wie auf dem Ring, den wir gefunden haben. Ob das hier so eine Art Versammlungsraum ist? Ein Clubraum für den örtlichen Totenbeschwörer und Schwarzmagierverein? Sobald ich Angelina gefunden habe, bin ich sowas von weg hier. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, ich glaube, mehr haben wir jetzt hier auch gar nicht. Haben wir denn noch was in unser Buch geschrieben? Der Orn scheint in der alten Mine zu sein. Achso, der Orn scheint in der alten Mine sein Lager aufgeschlagen zu haben. Der Platz reicht für mehr als ein Dutzend Leute. Das wäre das halbe Dorf. Ich muss mich in Acht nehmen. Jeder könnte Mitglied des Orns sein. Das stimmt. Okay, das war. Und haben wir noch eine neue Aufgabe? Abdeckung und Tank öffnen. Das haben wir ja. Nee, damit sind wir fertig mit den Aufgaben. Gut. Gehen wir mal durch die Tür. Ich hoffe, dass uns niemand entdeckt. Das gibt's doch nicht. Warum stehe ich hier ständig vor verschlossenen Türen? Ah! Scheiße! Oh Mann. Das ist nicht so eine gute Idee gewesen. So geht's auch. Naja, ich weiß nicht. Die wurde jedoch geöffnet. Also, ganz in Ruhe. Angelina ist nach wie vor verschwunden. Vielleicht wurde sie als Köder missbraucht, um mich herzulocken. Aber wieso? Und wo ist sie jetzt? Vielleicht sollte ich noch einmal mit Miss Valley sprechen. Sie weiß mehr, als sie sagt. Die Frage ist, was ist mit dem Orden? Wer gehört dazu? Was wollen die von mir? Da hinten ist einer. Türen! Fuck! Der hab ich eben schon gesehen. Dachte so, nee, du hast dich verguckt. Er wurde betäubt. Er wurde betäubt. Kapitel 4 Ah, mein Kopf. Wer zum Teufel war das? Und wo bin ich jetzt? Ich muss mich irgendwie befreien. Wer weiß, wann meine Entführer zurückkommen. Oh Mann, ey, der arme Darren. Was der hier alles durchlebt. Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall ist hier ein Kronleuchter. Warte mal, es gab einen Eintrag im Buch. Fesseln lösen. Ich habe gesehen, was diese Typen mit Rage in der Boris gemacht haben. Wenn ich hier bleibe, bedeutet das Lebensgefahr. Wenn man Fesseln nicht durchschneiden kann, kann man sie vielleicht durchbrennen. Okay. Ich gucke mal, was wir noch im Inventar haben. Nichts außer Fesseln, okay. Ähm. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas benutzen können. Alter Lappen? Ein alter Putzlappen. Ganz offensichtlich wurde er schon sehr lange nicht mehr benutzt. Mhm. Können wir den mitnehmen? Okay, ähm. Hier haben wir noch eine Flasche. Hier haben wir das Fenster. Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Wie lange war ich ausgeschaltet? Hm. Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Wie lange war ich ausgeschaltet? Hier haben wir eine Petroleumlampe. Eine alte Petroleumlampe. Sieht mir ziemlich groß und schwer aus. Das Glas fehlt. Das Glas fehlt? Hier sind Glasscherben. Einige Scherben. Vermutlich von der kaputten Öllampe. Sie sind gewölbt und relativ dick. Die können wir mitnehmen. Versuchen wir mal unser Glück. Und vielleicht können wir die Glasscherbe hier ins Licht, ähm, legen? Nee. Aber irgendwie müssen wir doch uns hier durchbrennen, hat er gesagt. Holzbein. Vielleicht müssen wir ins Licht gehen mit dem... Warte mal, wir gehen mal ein kleines Stück zurück. Noch ein Stück. Und dann gehen wir mal hier ins Licht. Und? Vielleicht funktioniert es, ja? Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Wie lange war ich ausgeschaltet? Nee. Hier sind noch Fesseln. Na, die brauchen wir ja nicht. Davon haben wir genug. Ich weiß nicht, mit der Glasscheibe... Normalerweise... Wenn man die ja ins Sonnenlicht hält, ne? Erhitzt die sich. Müsste doch funktionieren. Tja, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir doch den alten Lappen... Ah, ich glaub, wir müssen erstmal den Lappen da hinlegen. Und vielleicht dann mit der Glasscheibe. Wir gucken mal. Geh mal hier hin. Vielleicht so? Nee, das ist zu weit. So, versuch's mal hier so. Ob das funktioniert? Ich hab keine Ahnung. Ach. Und was haben wir hier noch? Eine Flasche. Vielleicht mit der Flasche? Eine grüne Plastikflasche. Ich kann nicht so genau erkennen, was es ist. Können wir die vielleicht mitnehmen? Ich schiebe sie näher ins Licht. Ah, okay. Petroleum. Dem Gewicht nach zu urteilen, ist auch noch etwas drin. Und vielleicht jetzt den alten Lappen? Nee, da muss schon jetzt Licht stehen. Darren. Petroleum. Dem Gewicht nach zu urteilen, ist auch noch etwas drin. Okay, wir versuchen es mal mit der Glasscheibe. So, Darren, jetzt komm nochmal zurück. So. So. Okay. Petroleum. Ja. Dem Gewicht nach zu urteilen, ist auch noch etwas drin. Das hatten wir ja schon. Können wir hier das aufmachen? Ich könnte versuchen, die Flasche aufzuschneiden. Tatsächlich, das funktioniert. Mann, Mann, Mann. Okay. Und? Ah, Petroleumpfütze. Das Petroleum hat sich verteilt und etwas davon ist in die Holzritzen gelaufen. Aber eine kleine Pfütze ist geblieben. Okay, vielleicht nehmen wir jetzt den Lappen, damit wir was zum Anzünden haben. Und können wir den vielleicht hier hinlegen? So, ich versuch's mal. Müsste doch klappen. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Der Lappen ist jetzt in Petroleum getränkt. Okay. Der Lappen ist mit Petroleum getränkt. Zumindest Teile davon. So, ich nehme jetzt nochmal eine Glasscherbe. Und dann gucken wir mal, ob wir die jetzt noch da anwenden können. Ich hoffe, dass es dann endlich brennt. In Ordnung. Ich halte die Glasscherbe in einen der Sonnenstrahlen. Ich glaube, es geht. Die Scherbe bündelt das Licht und erhitzt einen kleinen Punkt auf dem Stoff. Das müsste eigentlich... Wow! Na bitte! Da hat er aber Glück. Es war nur ein kleines Feuer, aber doch deutlich zu groß, um damit meine Fesseln zu lösen. Ich kann mich nicht einfach samt Stuhl in die Flammen stürzen. Okay, da hast du recht. Wir haben hier noch ein weißes Laken. Hier haben wir ein Holzbein. Vielleicht mit dem Holzbein. Eine dünne Holzleiste. Ich glaube, ich kann sie erreichen. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Und dann gucken wir mal, weil... Hab sie! Dann können wir hier mit Sicherheit ein bisschen angucken und uns die Fesseln durchschmoren. In Ordnung. Ich müsste da ankommen. Das sieht gut aus. Okay, super. Das sieht schon besser aus. So, dann gucken wir mal, dass das jetzt funktioniert. Und? Ja. Okay, ein Arm ist schon mal frei. Irgendwie müssen wir das Feuer doch wieder löschen, oder? Das ist schon mal viel besser. Okay, guck mal hier, die Seile können wir... Dieses Seil war um meinen Oberkörper gewickelt. Es ist deutlich länger als die anderen Stücke. Können wir mitnehmen, okay. Wir gucken uns gleich mal den Tagebucheintrag an. Und die anderen Stücke? Die Reste meiner Hand fesseln. Mehrere Seilstücke. Alle zwischen ein und zwei Meter lang. Dann nehmen wir die auch noch mal mit. Wer weiß, wofür wir den noch gebrauchen können. Und hier haben wir noch eins liegen, aber das will er nicht. Der Bürostuhl passt hier überhaupt nicht rein. Wahrscheinlich wurde er mitgebracht, um mich daran zu fesseln. So, jetzt gucken wir mal. Ähm, um. Hier hat er eine Seite rausgerissen. Umsehen. Ich sollte mich sehr vorsichtig umsehen. Ich will nicht, dass der nächste Schritt mein letzter ist. Aber ich muss wissen, wo ich bin und wie ich hier wegkomme. Okay. Theoretisch könnte es aber auch mehrere Tage gewesen sein. Okay. Gut. Ähm, wir sollen uns umsehen. Ui, ist da eine ganze Menge. Guck mal, hier haben wir einen Laken. Okay, das Laken können wir mitnehmen. Interessant. Ein Stammbaum. Vielleicht gibt er mir Hinweise darauf, wo ich... Gordon. Da, ganz oben. Samuel und Catherine Gordon. Dann ist das der Stammbaum der Gordons. Dann gehört auch dieses Haus einem Gordon. Stecken sie hinter der ganzen Sache? Na, das wär's ja. Der Stammbaum der Familie Gordon. Beginnend mit Marcus und Mordred bis hinauf zu Samuel und Catherine Gordon. Eine jahrhundertealte Familiengeschichte. Voller Mord und Leid. Okay, noch mehr können wir uns die nicht angucken. Schade. Die Idee bei dem Ding ist wohl, dass man Anzüge oder Uniform oder sowas drüberhängt, damit sie nicht verknittern. Vielleicht bürstet man sie auf dem Ding auch ab. Können wir mitnehmen, aha. Vielleicht als Attrappe? Eine aufgemotzte Version eines Kleiderständers. Ich frag mich, sind wir hier in dem Schloss? In irgendeinem Raum, den wir noch nicht kennen? Zwei Landschaftsbilder. Das eine zeigt eine kleine Stadt im Grünen, das andere ein Moor. Das andere ein Moor. Wartet mal, im ersten Teil war doch das Schloss auch, wo das Moor schon ein Teil eingenommen hatte und wo die, ähm, na wie heißt sie denn jetzt? Unsere Tante von Samuel. Ich weiß, Eleanor, genau. Ich weiß gar nicht mal, wo das Schloss lag. Jedenfalls, die hat doch erzählt, dass in ein paar Jahren das ganze Moor das Schloss einnehmen würde. Vielleicht sind wir hier. Ich weiß leider nicht mehr, wo das genau war. Unter dem Stadtbild steht auf einem Messingschild etwas. Cardiff, 1812. Mhm. Hübsch, hässlich. Aha, hübsch, hässlich. Das Ding hing garantiert nicht immer hier. Eigentlich gehört sowas in einen Saal oder einen Salon. Vermutlich wurde es irgendwann ausgemustert und hier verstaut. Das wär's ja, wenn wir in dem Schloss der Tante von Samuel wären. Hm, diese Stelle in der Wand sieht irgendwie seltsam aus. Ein Geheimfach. Mhm. Nanu? Kinderspielzeug. Okay. Nichts weiter als Kinderspielzeug. Hier muss ich ein Kind ein Lager angelegt haben. Hm. Ich hab hier oben gesehen. Können wir uns noch die Balken angucken? Freiliegende Deckenbalken. Ziemlich rustikal, das Ganze. In dem Regal steht einiger Kram. Vermutlich haben sich Mäuse daran ausgelassen. In einigen Sachen sind Löcher. Können wir mitnehmen. Mhm. Ein Kopf? Was? Man kann, glaube ich, seine Perücken da draufsetzen, damit sie sich nicht verformen. Ach so. Den kann ich gut gebrauchen. Ich dachte jetzt ein echter Kopf. Guck mal, dann können wir das doch bestimmt mit dem Kleiderständer hier verbinden. Ja. Hält nicht. Die gehören wohl nicht zusammen. Was? Kann man das hier irgendwie befestigen? Nee, okay. Schade. Hier haben wir ein Stoffbein. Sieht aus wie stramm verschnürte Stoffe. Handtücher, Bettbezüge, Laken, Decken. Vielleicht konnten die Bewohner sie nicht mitnehmen, wollten sie aber auch nicht einfach den Ratten und Mäusen überlassen. Deswegen haben sie sie so eng zusammengeschnürt, wie es ging. Mhm. Das Ding wiegt mindestens 30 Kilo. Das schleppe ich lieber nicht mit mir rum. Okay, hier haben wir noch ein weißes Laken. Die Möbel wurden abgedeckt, um sie vor Staub zu schützen. Und wenn ich mir den so ansehe, war seit Jahren niemand mehr hier. Okay, aber irgendwas können wir noch mit dem Balken und dem Stoffbein und dem Stuhl machen. Hier haben wir immer noch das Fenster. Ich glaube, da erzählt er uns auch immer dasselbe. Ich würde sagen, dass wir vielleicht mal herunterlassen. Die Möbel sind mit schweren Brettern vernagelt. Hier komme ich nicht raus. Verdammt. Ähm, sieht mir nicht so aus, als könnte ich die Bretter lösen. Gar nichts. Als wären sie für die Ewigkeit befestigt worden. Okay, können wir vielleicht rausgehen? Ein Flur mit einer Treppe am Ende. Unten läuft ein Kinderprogramm im Fernsehen. Ah, wir sind in diesem Schloss. Kann ich etwas für dich tun, Samuel? Was? Was zum Teufel war das denn? Oh nein. Nicht, dass Darren genauso anfängt wie Samuel. Das ist Bobby. Hallo? Ja, wir sind angekommen. Es ist schön hier. Alles genau wie Sie gesagt haben. Nein, Tom ist einkaufen gefahren. Ja, Tom hat ihn festgemacht. Mit Bändern. Ich, ich weiß. Der Mann war nicht so nett zu mir. Aber ich finde es nicht gut, dass er nicht weg darf. Ja, ich pass auf. Tschüss. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Da, da war eine Frauenstimme. Sie nannte mich Samuel. Und ich habe Musik gehört. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Da unten sitzt Bobby. Und Tom ist auch in der Nähe. Die beiden haben mich entführt. Im Auftrag von jemandem, der dieses Haus kennt. Eleanor Gordon. Aber wo zum Teufel bin ich hier? Und viel wichtiger, wie komme ich wieder weg? Das ist so, was ich nicht wieder wegbelebt.